Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Viele ältere Menschen leiden unter Osteoporosen, also Knochenschwund. Und dann brechen die Knochen leichter. Die Frage ist, wie kann man den Knochenabbau verhindern? Seilkumpen, hilft der Knochen? Wir sind hier in der Topfarm Apotheke Gellert, die Apotheke mit dem Drive-In in Basel. In jungen Jahren kann man sich ein Knochen vorstellen, wie der Schwum, fest und dicht. Leider sehen wir oft, dass die Knochen im Alter so wärten. Das nennt man dann Osteoporose. V.a. Frauen ab der Menopause sind betroffen, weil ihre Hormonspiegel dann runtergeht. Was sie machen können, um den Knochenabbau zu bremsen, ist sicher, dass sie sich gesund ernähren. Kalziumreich, d.h. Milchprodukte, Mineralwasser, die viel Kalzium haben, bewegen und an die Sonne, die Vitamin D in ihrem Körper aufbauen. Zusätzlich empfehle ich jeder Frau ab 40, eine Tablette Kalzium mit Vitamin D einzunehmen täglich. Übrigens, die Schläge, die entstehen beim Seilkumpen, bauen ihre Knochen auf. 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 Auf.